Das Zeitwort zum 21.05.1938. Brechts Furcht und Elend des Dritten Reichs wird uraufgeführt. Ein Beitrag von Winfried Rösner. Ich plane fortwährend Schläge gegen die Verbrecher, die im Süden hausen. Das schreibt Bert Brecht 1934 aus dem dänischen Exil. Vier Jahre später, am 21. Mai 1938, kann er einen dieser Schläge austeilen. Es ist die Uraufführung des Stückes, das wir heute unter dem Titel Furcht und Elend des Dritten Reiches kennen. Es ist eine Szenenfolge aus dem Nazi-Deutschland der Jahre 1933 bis 1938, also noch ohne die endgültigen Gräuel von Krieg und Judenvernichtung. Brecht sammelt Zeitungsausschnitte, Augenzeugenberichte. Daraus gestaltet er Dialoge faschistischen Alltags. Nacht des 30. Januar 1933. Zwei SS-Offiziere torkeln die Straße herunter. Der Erste. Nun sind wir oben. Imposanter Fackelzog. Gestern noch Pleite, heute schon in der Reichskanzlei. Gestern Pleite, ja, ja, heute Reichsadler. Sie lassen ihr Wasser. Der Zweite. Ja, und nun kommt die Volksgemeinschaft. Ich erwarte mir einen seelischen Aufschwung des deutschen Volkes in allergrößten Maßstab. Volksgemeinschaft. In der Szene der Verrat hört der Lauscher an der Tür, wie der Nachbar abgeführt wird, den er denunziert hat. Eine jüdische Frau verlässt ihren Mann, um ihm zu ersparen, sie eines Tages verleugnen zu müssen. Brecht ist in den Jahren des Exils immer wieder mal in Paris. Er redet auf internationalen Schriftstellerkongressen. Nach Paris hatte sich Zlatan Dudoff geflüchtet, den Brecht als bulgarischen Filmstudenten kennengelernt hatte. Dudoff wollte eine Szenenfolge mit emigrierten deutschen Schauspielern aufführen. Als Titel waren Deutschland ein Gräuelmärchen im Gespräch wie auch deutsche Heerschau. Am Ende wurde 99 Prozent daraus, was Brecht etwas klein schien und eigentlich etwas anderes verspricht. Lange weiß er nicht einmal, welche Szenen Dudoff auswählen will. Und dann die Schauspieler, Brecht. Wenn sie die unbedingt nötigen Kräfte nicht zusammenbringen können, würde ich trotz aller Bedenken immer noch lieber den Herbst abwarten, wo, soviel ich weiß, die Züricher deutschen Schauspieler ohne Arbeit sind. Das ist eine Gruppe hochqualifizierter Charakterspieler, mit denen man eine sensationelle Aufführung zustande bringen kann, die bis nach Amerika wirken könnte. An Amerika denkt Brecht schon jetzt. Aber Piskator, dem er Furcht und Elend auch schickt, reagiert nicht. Und bei Dudoff in Paris fürchtet Brecht ein Fiasko. Sicher ist er nur bei Szenen wie die jüdische Frau, in denen Helene Weigl mitspielt. Die soll allerdings erst im letzten Augenblick zu den Proben kommen, damit den Brechts der Paris-Aufenthalt nicht so teuer wird. Für die Endproben stößt auch Brecht selber dazu. Die Uraufführung von acht der insgesamt 24 Szenen findet in der Salde Jena statt. Paul Dessau hatte unter Pseudonym eine Musik dazu geschrieben. Und offenbar war es Dudoff und Brecht gelungen, das bittere Thema trotz allem nicht deprimierend abzuhandeln. Das Premierenpublikum hatte viel zu lachen und klatschte nach jeder Szene begeistert. Walter Benjamin schrieb eine positive Besprechung in der neuen Weltbühne. Und sogar die SS-Zeitschrift Das Schwarze Chor reagierte und erklärte das Lachen des Publikums mit »Belustigung über Brechts Unvermögen« zu begreifen, was in Deutschland geschah. Die wirkliche Katastrophe mit dem Stück erlebt Brecht 1945 in New York. Jetzt sind es neun Szenen unter dem Titel »The Private Life of the Master Race«, »Das Privatleben der Herrenrasse«. Brecht hat selber die Übersetzung überwacht, aber mit Piskator als Regisseur verkracht er sich schon nach einer Woche. Die Schauspieler kommen ihm wie Schulkinder vor und der berühmte Albert Bassermann, 78 Jahre alt, spricht ein Englisch, das er selber nicht versteht. Brecht führt so Regie, als wolle er sein eigenes Stück ruinieren. Die Kritiken sind verheerend und finden alles unglaublich langweilig. Den Durchfall am Broadway hat Brecht lange nicht verschmerzt und keine Aufführung mehr dort zugelassen.